Christina Vogel hat sich jetzt aufgeregt, weil jemand auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat, obwohl alle anderen Parkplätze frei sind. Bis sie ihn dann kennengelernt hat, da hat sie das dann, glaube ich, so ein bisschen zurückgenommen. Weiß man nicht, wo man hier parken soll? Alle Parkplätze sind voll. Klar, park auf dem Behindertenparkplatz. Yay, war hier kein Parkplatz frei. Wurde wieder Zeit. Ganz witzig, ich habe den Menschen kennengelernt, dem dieses Auto gehört, mit dem Aufkleber hier. Und er sitzt wirklich im Rollstuhl, hat mir vergessen, seine Karte reinzulegen. Ich habe mit ihm gesprochen, ich unterschreibe das jetzt und muss dann quasi abmachen und behalten.